hallo freunde wir haben mal wieder was neues gefunden nämlich neues hundefutter wichtig ist wichtig für uns wir haben zwei hunde und das ist ganz wichtig wir haben mal wieder ein bisschen was neues rausgesucht für unsere hunde die fressen nicht alles unsere älteste die ist jetzt zwölf jahre die verträgt auch nicht mehr alles sie kriegt dann schnell durchfall und was wie sich jetzt habe ich im internet mal ein bisschen gestöbert es gibt ja ganz viele die jetzt plötzlich frisches hundefutter anbieten also frisch gekocht nicht so doll gekocht und ich habe mir jetzt einfach mal eine sorte rausgesucht ich werde da vielleicht noch ein paar mehr testen aber die hat mir eigentlich am besten gefallen von allen bis jetzt das ist eine futtersorte aus schweden anifit anifit so ich habe jetzt hier so ein anschreiben mit dazu lieber tierfreund ich freue mich dass du dich dazu entschieden hast das hochwertige schwedische antifit anifit futter für dein haustier zu testen meiner erfahrung nach ist es sinnvoll die dose mit reis oder kartoffel stampfflocken zu mischen das ist ja alles mit drin reis kochen wir sowieso schon seit jahren für unsere hunde und mischen das mit fleisch was wir selber gekocht haben aber wird ja auch auf dauer anstrengend wenn man älter wird deswegen haben wir jetzt nach einem neuen produkt gesucht was wir vielleicht nehmen können und die haben mir sogar angeboten wenn ich jetzt hier ein video darüber mache dann gibt es so einen gutschein code wenn er elsa eingebt kriegt er zehn prozent rabatt könnt ihr mal gucken wer vielleicht auch gerade auf der suche ist nach neuem futter und ich fand halt witzig dass euch mal die dosen an bei mir muss ja auch mal schön sein ja thanksgiving der hat der hund hier so eine pute auf dem tisch trutan nicht gute trutan trutan mit reis dann haben wir hier mal eine sorte ich habe mir da jetzt verschiedene ausgesucht es gibt dann natürlich probierpakete die ihr kaufen könnt da ich mache euch den link unter das video dann könnt ihr mal reingucken könnt euch entweder so ein schnuppert paket bestellen oder da sind dann auch so kleine sachen bei von den reisflocken oder was da alles so ist hier habe ich zum beispiel witwe bold das schrecken das ist so cool wir müssen das gleich mal probieren mit unseren hunden ob die das mögen falscher hase hast der hund im hasenkostüm falscher hase witzige sachen machen sie jetzt ja das ist schon witzig alles gockels duett da ist dann huhn und kartoffeln 94 prozent fleisch also ist schon hoher anteil bei manchen ist ja 99 prozent zum goldenen ochsen huhn rind haferflocken und karotten wird alles schon gegart oder schon zubereitet dann haben wir hier schäfers pfanne da ist dann lamm rind und huhn drin ist ein elefant in der mitte schwarze und weiße schafe und der hund in der mitte ist schon so das sind dann so dosen die man kriegen kann oder da bestellen kann gibt es 200 gramm 200 gramm dosen und dann gibt es natürlich noch 400 und 800 gramm also wenn du einen kleinen hund hast wir haben ja kleine hunde brauchen das kleine dosen dann könnte die doppelt großen die sind dann so oder eben für ganz große hunde die ganz großen dosen für die jude welt abwechslung bringt abwechslung genau das fand ich nämlich auch cool und da gibt es ganz viele verschiedene ich habe ja jetzt bloß 6 mir aussehen dazu kann man dann immer noch solche herde sind so ein ergänzungen was ist das hier so steht immer hinten drauf gemüse mix das kann man auch über das futter drauf machen nach bedarf und gewicht des tieres füttern um die verdauung zu unterstützen die flocken mit heißem wasser begießen und drei bis fünf minuten ziehen lassen dann kann man das einfach so übers futter mit drüber machen also über das nass futter hier und damit rein muschen um in das futter jetzt hier noch reis oder kartoffeln rein zu kriegen haben sie so kartoffelflocken also ich glaube ich würde kartoffeln vielleicht dann noch mit rein machen aber das ist eben die fertige flocken die man machen kann wir probieren es aus mit den flocken aber das gemüse braucht der mensch wie das tier ja weil das verdauungsfördernd ist ich habe jetzt hier mal zum probieren so kleine rinder leber getrocknet gefriergetrocknete fleischstückchen sind jetzt hier bloß drei das bus eine probierpackung dass man sich mal weil wir erst mal sehen wollen was zu fressen ja genau weil meine hunde oder unsere hunde so wählerisch sind ich wegen dem koch zu hause ja ich kaufe dann immer irgendwelche sachen und die leckerlis kriegt dann meine freundin wenke für ihren hund weil der alles frisst und sie fressen nicht alles und dann kannst du mal so kleine dingens hier nehmen und gucken ob das überhaupt deinem hund schmeckt wie der herr so das geschirft hirsch snacks da bin ich ja mal gespannt das ist ein luxusartikel der die sein müsste welts fisch und fisch mögen sie nicht so werden wir sehen ob sie fressen wir probieren es aus deswegen haben wir das ja erst mal zugelegt dann hast du nämlich so eine kleine kühlchen kannst das mal austesten finde ich ja nicht so schlecht hier haben sie so eine reis stand da eben reispops ja reispops die man auch mit ins futter mit rein machen kann muss ich auch kurz noch mal lesen ergänzungs futtermittel für die hunde nach bedarf da steht jetzt aber nichts dass man dadurch irgendwie mit wasser aufgießen muss hatte ich jetzt eigentlich auch gedacht dass man das machen muss bei den kartoffelflocken wird das doch schon fertig gekocht aber da steht nichts von eis also nichts von wasser drauf machen hier ist dann noch mal gefriergetrocknete hühnerbrust also hühnerbrust getrocknet fressen sie gerne da kommen sie ja noch mal drauf rum und hier haben wir so eine kleine stückchen die frier getrocknet hat man natürlich noch nicht und dann ist das hier hühner herzen gefriergetrocknet das ist auch herzen fressen so gerne das haben wir festgestellt und gucken ob sie das hier so leber ist jetzt nicht für mich zum anfassen wer hühner herzen ist der ist doch kleine kinder mein mann ist hühner herzen ja das hat sie jetzt mit absicht gesagt das hat sie eine schöne hühnersuppe und und kleine innereien drin ist die leckerste watte die nein da habt ihr alle keine ahnung da darf sowas nicht mit rein und wenn ihr euch so ein probierset da bestellt dann kriegt da auch hier so kleine bücher mit drin hier ist ein produktkatalog was es alles so an verschiedenen futterdosen gibt gibt natürlich auch trockenfutter wartet fürs nix alles gibt dass man sich da mal schlau machen kann wird man alles musste auch erst mal noch mal lesen und gucken aber ich wollte es euch halt nicht vor enthalten und dann kriegt da hier auch so eine ernährungsfibel eine ernährungsfibel mit dazu was dem hund gut tut und was nicht also ist schon eine coole sache der hund jetzt ja eigentlich ist die schrift das wichtigste aber bunte bilder sind immer gut das ist vorteile einer gesunden ernährung deswegen haben wir uns nämlich jetzt umgeguckt weil ich von so vielen gehört habe dass sie dann wenn die älter wären die hunde nicht mehr richtig laufen können weil die gelenke nicht mehr wollen und bei uns dann habe ich festgestellt dass das feld einfach nicht mehr so ist wie früher wir müssen irgendwas machen die haben kriegen langsam schuppen und das feld wird stumpf also musik irgendwas für dann damit haben wir ja dass da irgendwas fehlt und dass da irgendwann wieder geregelt wird muss ich mich schlau machen wir probieren jetzt einfach mal eine sorte futter aus ob sie das wollen wir probieren dann heute gleich mal falscher hase sehen ob sie das mögen ist ja immer die schmackssache also ihr müsstet vielleicht sowieso wenn ihr anderes futter nehmen wollt als sonst immer genommen hat erstmal eine auswahl von verschiedenen kaufen da gibt es so die kosten alle ein bisschen geld aber da sind dann verschiedene dosen drin sonst kriegt man immer sechs dosen von einer sorte die kosten 18 84 oder so weit wenn ich mich recht erinnere und wenn ihr mal einschwung von jeder dose eine nehmt um das mal zu probieren dann wisst ihr wenigstens welche sorten die mögen als wenn man jetzt gleich sechs von einer sorte kauft der probierpack dafür gibt es ja den probierpack genau und jetzt machen wir kartoffelflocken dann noch auf habt ihr die sehen unsere hunde fressen nur aus bleikristallschalen ja wir haben alle mögliche probiert wir hatten blechdosen also blechnöpfe wir hatten keramiknöpfe die wollen da nicht ran und aus diesen dingern gefressen so wie der frau schien ganz verwöhnte so was von fahrzeugen schon mal gut das könnte man ja so essen das ist ja auch lebensmittel echt lebensmittequalität ja könnt ihr also selber essen wenn euch das schmeckt notfallration damit jetzt mal gespannt ich erst mal das ist jetzt die generalprobe oder sowas heißt das so ich habe noch kein so viel mal da also ist wie die ist kein kostverächter so ist es dem schmeckt das ist ja ganz neu das erste mal ist zwar nicht so wählerisch wie die große aber alles frisst er halt auch nicht also man kann ihm nicht alles vorstellen da muss sich erst mal dran gewöhnen die große die ist aber zögerisch bei neuen sachen und wenn sie denn erstmal den schmack gefunden hat dann kann sie dem kleine alles weg die muss man in separat füttern aber das kann der kleine erstmal leckern lecker 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 funktioniert jedenfalls scheint er zu mögen der hat so eine komische angewohnheit der holt sich das immer aus dem napf raus und haut damit ab naja das sieht man doch da musst du ja nicht erklären warum der hund so frisst und so frisst das wie es jeder bei ihren hund hat wehs das die anderen frissen das einfach so im napf das sind im napf leer das machen das nicht unser hund ist nicht gierig das ist ein genießer der frisst ja auch aus bleikristallschaden also man muss wirklich ausprobieren der innen und frisst der andere und market nicht die frisst aus neid also ihr lieben wenn ihr auch gerade auf der suche seite nach einem neuen vielleicht besseren hundefutter als ihr jetzt gerade habt dann schaut da mal rein nutzt eventuell oder auf jeden fall meinen wenn ihr da schon was kaufen wollt dann mein rabatt mit nutzen also es lohnt sich mal was neues auszuprobieren weil das eben wirklich fast alles fleisch ist und da ist kein getreide drin das getreide ist glaube ich das was das feld so stumpf macht und sowas und die vertragen das nicht alle also man muss wirklich das hundefutter finden was dem hund liegt und was dem hund gut tut deswegen probieren wir jetzt ein paar aus in diesem sinne bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten sachen die wir so finden leckersten die leckersten sachen riecht also riecht lecker man ist ja fast in versuchung aber jeder das hundefutter das hundefutter